Hallo liebe Sportsfreunde, 96-Fans und natürlich Fußballfreunde, Stammtisch-Talker, wie auch immer. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zum zweiten Video des Tages und das hat kein Ende dieser Hiobsbotschaften. Am Sonntag, wie ich eben schon in einem anderen Video berichtet habe, Mike Franz schwer verletzt. Ja, jetzt geht es um Frank Evina. Er hat schon den Bayern zu uns gewechselt, war unter anderem in der letzten Saison an Oerdingen ausgeliehen. Und er hat einen Teilabriss des Außenbandes, sprich ungefähr drei Monate Minimumpause. Das ist lecker, das freut uns richtig. Nach dem Umzug aus dem alten Niedersachsen-Stadion, damit liegen wir nicht richtig, der nächste Unfall im Training. Sonntag, Mike Franz. Heute diese Geschichte, wo ich mich fragen muss, oder wo man sich allgemein mal die Frage stellen sollte, was ist denn da los bei 96 auf der Mehrkampfanlage? Irgendwo, das war schon unter vielen Trainern so, haben sich dort die Leute immer wieder reihenweise verletzt. Irgendwo muss auf diesem Platz ein Fluch liegen. Vielleicht hat jemand, keine Ahnung, eine Braunsteigmünze verbuddelt oder so. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Nein, aber Spaß beiseite. Also man sollte sich wirklich überlegen, die ganze Mehrkampfanlage mal abzureißen, neu zu machen und vielleicht mal gucken, dass man da auf unehmein achtet. Ich habe keine Ahnung, irgendwas muss man da machen. Das ist ja schon nicht mehr normal, dass da so oft sich jemand verletzt. Jetzt fällt der nächste aus und der Kader wird nicht breiter. Im Gegenteil, wenn man das Ganze sich nämlich betrachtet wird, ist das nämlich alles ziemlich eng mittlerweile, dass man jetzt wieder eine Offensivoption verloren hat. Also man hat jetzt eigentlich noch von den offensiven Leuten, also Linton Maynard ist ja auch andauernd verletzt. Er spielt ein, zwei Spiele, ist verletzt. Er spielt ein, zwei Spiele, ist verletzt und fällt aus. Und es ist ja auch immer so ein 50-50-Ding, ob er am nächsten Spieltag wieder einsatzbereit ist. Ja, mit gut raus, der Amateurmannschaft ist natürlich noch lange nicht so weit nach dem Kreuz bei einem Riss. Ja, bleibt eigentlich für die Außen noch Stähle, der allerdings in meinen Augen auch ziemlich die Robustheit und Konstanz vermissen lässt. Auf längere Zeit jetzt schon seinen Mann zu stehen. Also, nicht im Bett, also nein, 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 auf Rasen. Ja, nee, Spaß beiseite. Also das ist auf jeden Fall schon mal sehr schade. Jetzt hat man Soleimani, den man eventuell auf Außen setzen könnte. Man könnte auch Dux da vielleicht noch hinstellen, aber da wäre er vorne vergeudet. Städel, ja, Schindler rechts außen oder links. Tremessi ist ja auch noch nicht so weit, dass es dann ihn einplanen könnte. Und das ist dann halt schon so eine Frage, ne. Dann bleibt am Ende dann doch wieder ein gängig Haraguchi auf links und vielleicht auch Philipp Ochs. Naja, gut, aber das ist halt so eine Sache, ne. Uns gehen langsam die Spieler aus. Und wenn man da so nimmt, dann noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 Feldspieler. Ich hab jetzt mal die U23 Spieler nicht mitgerechnet. 17 Feldspieler, wovon Tormessi noch nicht wird eingerechnet, das ist 18, weil der halt nicht als Option nicht funktioniert. Aber das ist natürlich jetzt wieder so ein Megaschock. Also langsam wird's bitter und vielleicht sollte man nur noch im Stadion trainieren, dann passiert das nicht, keine Ahnung. Ja, sollte 96 reagieren, was denkt ihr? Schreibt mal in die Kommentare. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich, dass ihr mit dabei gewesen seid, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns da wieder. Ich wollte auf jeden Fall nur ein kleines bisschen Informationen raushauen, über meinen Verein, Neuigkeiten. Wenn ich sowas lese, dann mach ich immer ein Video, sobald ich das natürlich zeitlich schaffe. Ich hab's grad geschafft. Ja. Was denkt ihr? Verlust? Problematik? Was sollte 96 jetzt tun? Sollten wir auch reagieren? Vielleicht auch vertragslose Spieler erstmal, äh, oder vielleicht noch holen. Oder, oder, oder. Schreibt's auf jeden Fall unten in die Kommentare. Ich würd mich freuen. In dem Sinne, gute Nacht. Habt mich schönen Tag. Niemals allein. Haltet wieder einen. Hehehe.